Wer sich die Welt mit einem Donnerschlag erobern will, der darf nicht warten, bis ein anderer vor ihm blitzt. Er muss den anderen hübsch gemütlich vor sich aufbauen und ihm ein Ding verfassen, das dann richtig sitzt. Doch wer sich ohne Donnerschlag die Welt erobern will, muss auch den Kieker sein und ganz verdammt gewiegt. Dann wird die ganze Welt, und wenn sie noch so groß ist, von diesem Mann so aus dem Handgelenk besiegt. Der eine tut dies und der andere, der tut das, du bremst, aber ich geb lieber Gas. Wie man es macht, ist egal, ich mit Vorsicht, ich mit Kraft, die Hauptsache, dass man es schafft. Wer auf der Kugelrunden welt sich was erobern will, der muss drauf warten, dass er immer fester sitzt. Damit er nicht vor Torschuss noch hinten runterrutschen muss, wenn sie auf Erden einmal donnern oder blitzt. Und doch hat mancher bei sowas den Kopf sich schon eingerannt. Bei einem schlägt es manchmal dreizehn, bei einem anderen schlägt es ein. Im Leben gilt's eben, stets schlagfertig zu sein. Wer sich die Welt mit einem Donnerschlag erobern will, der darf nicht warten, bis ein anderer vor ihm blitzt. Er muss den anderen hübsch gemütlich vor sich aufbauen und ihm ein Ding verpassen, das dann richtig sitzt. Doch wer sich ohne Donnerschlag die Welt erobern will, muss auch den Kieker sein und ganz verdammt gewiegt. Dann wird die ganze Welt, und wenn sie noch so groß ist, von diesem Mann zu aus dem Handgelenk besiegt. Der eine tut dies, und der andere, der tut das. Du bremst, aber ich geb lieber Gas. Wie man es macht, ist egal. Ich mit Vorsicht, ich mit Kraft. Die Hauptsache, dass man es schafft. Wer auf der Kugelrundenwelt sich was erobern will, der muss drauf achten, dass er immer fester sitzt. Damit er nicht vor Toreschluss noch hinten runterrutschen muss, wenn's hier auf Erden einmal donnern oder blitzt. Die Hauptsache, dass der Kugelrundenwelt sich was erobern ist. Die Hauptsache, dass der Kugelrundenwelt sich was erobern ist. Amen. Untertitelung. BR 2018